Kennt ihr das Spiel? Die Spielenden müssen ihren Mitspielern Begriffe erklären, dürfen aber den gesuchten Begriff nicht explizit nennen. Eine gute Strategie dabei ist, sind verwandte Begriffe zu benutzen. Eine systematische Recherche kann ähnlich wie bei diesem Spiel funktionieren. Als erstes analysiert ihr euer Thema bzw. eure Fragestellung und überlegt euch, was alles zum Thema gehört, also welche Kernbegriffe das Thema definieren. Das sind eure Spielkarten. Sie legen die Kernbegriffe für die Suche fest. Dann überlegt ihr euch, wie ihr diese Begriffe mit Synonymen oder alternativen Begriffen beschreiben könnt. Zusätzlich könnt ihr euch auch Oberbegriffe dazu überlegen, um das Thema zu erweitern oder Unterbegriffe, um es weiter einzugrenzen. Diese alternativen Begriffe sind eure zusätzlichen Suchwörter. Wenn ihr auch fremdsprachliche Literatur verwenden wollt, solltet ihr eure Suchwörter zusätzlich übersetzen. Englischsprachige Suchwörter sind häufig auch für die Recherche in Fachdatenbanken notwendig. Hierbei könnt ihr euch eine Suchworttabelle anlegen. Auf diesem Pool an Wörtern könnt ihr dann während eurer Recherche immer wieder zurückgreifen und neue Kombinationen ausprobieren. Nur so könnt ihr sicherstellen, ein möglichst gutes und vollständiges Recherchergebnis zu bekommen.